Speedy, was machen wir heute? Ein schönes Rutsaft-Gulasch. Für Gulasch nehmen wir entweder Wadl oder die Gab. Schauen wir uns jetzt schön klar. Weinefett. Zwiebel in der rauen Milch. Müsstens eins zu eins Zwiebeln und Weisch. Verlangsam eine Hitze. Die Zwiebeln schön karamellisieren lassen. Das Tomatisieren. Dann natürlich Paprikapulver jetzt mitrüsten. Ablöschen. Kippsuppe. Tomi hat aufgerissen. Mit eines Gewürzeh dazu. Ein paar Koldern. Maiorange. Eine 4-Jahr-Bewetter. Bohnenkraut. Matellenbastien. Zahnbarole. Geschälte Tomatis. Zinf. Salz. Knoblau. Aufkochen lassen. Fleisch dazu. Eine Stunde später. Bippi fein. Aufrichten geht schon. Da habe ich noch ein Schöpfer. Schaut es da her. Sauerram. Das ist wirklich geil. Der Pohr. Der Pohr. Genau so geht es. Dicke Soße von Zwiebeln. Weines Fleisch. Spatzeln dazu. Malte. Macht es unbedingt noch. Und folgt es bis zum nächsten Rezept. Gut. Schau rein.